Hallo lieben Kids, wie geht's euch? Ich hoffe es geht euch gut. Ich darf euch wieder verkündigen, dass wir jetzt wieder Kinderstunde machen können bei uns in der Gemeinde live. Wir haben vieles für euch vorbereitet. Wir spielen und tanzen, Musik und biblische Geschichten, wo ihr über Jesus und Gott mehr erfahren könnt. Kommt einfach, wir freuen uns so euch wieder mal live zu sehen, euch mal eure Gesichter zu sehen. Wir freuen uns wirklich und da nächste Woche die Schule wieder losgeht, beten wir für euch und segnen euch für diesen Schulanfang. Seid einfach dabei und die, die vielleicht bei uns noch nie waren, ihr seid alle herzlich willkommen. Kommt, wir freuen uns auf euch und ich hoffe, ihr habt noch ein gutes Wochenende und viel Spaß. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.